Haben wir gut gemacht, Team. Haben wir gut gemacht. Wenn ihr Tab drückt, seht ihr die Ziele. Da seht ihr dann, wie viel wir von was hacken müssen, was man finden kann, welche Extrasache man findet. Und man kann vier Fotos von Waffen, von Drogen, von allem Illegalen, was ihr... Achso, und übrigens, es gibt ein Dietrich-System, das ist ein bisschen wie bei Skyrim. Super. Kamera immer hacken, dann hast du wenigstens schon mal ein Bild. Ich hab irgendwas gefunden. Das Geld. Wie weit muss man da rangehen? Man kann übrigens alle möglichen Schubladen und so. Oh, ich seh's grad. Na, von Weitem kannst du die eigentlich hacken. Oh, ist ja Schmutz. Ah, ja. Ach, mit dem Handy, okay. Ja. Oh, Geld. Ah, ja, und jetzt hab ich hier auf dem Tablet. Oh, noch mehr Geld. Habt ihr die jetzt auch? Ja, wir teilen uns das alles. Ah, ja, okay. Faktisch. Oh, wir haben auch Licht? Ja, wir dürfen nur nicht zu viel anmachen, so wie in Phasmo. Ja. Sonst hauzt es Sicherung raus. Okay. Also, zwei PCs hab ich gehackt. Ich weiß halt nicht, was hier... Ich hab ne Kamera. Eww. Alter, nicht... ...ausgefunden, wie man hört, dass er... Und wie versteckt man sich vor dem? Also... Denkt daran, dass ihr PCs hacken müsst. Also, ihr müsst die Monitore da an Dings... Ja, ich hab hier jetzt so ein Feld mit so Kästchen, mit Herzchen und Sternen lösen. Da musst du jeweils die Paare finden. Das mach ich auch gerade. Also, ich find's halt mal was anderes. Ist eigentlich ganz gut gemacht, find ich. Läuft auch ganz gut und so. Ich hab's kackt. Guckst du. Guckst du neben dir. Oh nein. Was ist das denn? Was ist das? Wenn du da draufklicken, dann siehst du doch, was die Zahlenkombination ist. Ja, aber... Klick mal irgendwo drauf. Ja. Und dann siehst du doch das, was leuchtet. Und dann musst du der Abfolge folgen, die da zu sehen ist. Weißt du, was ich mein? Ah ja, okay. Oh, Licht ist aus. Sicherung, meinst du? Verlädt man ein Sanity oder so? Weil ich mach nie Licht an. Ne, ich glaub, sowas wie Sanity gibt's hier nicht. Eins, zwei, drei, vier. Ach so, oh mein Gott. Äh, Hand, oder? Ich weiß nicht. Also, ich hör nichts bei mir. Naja, aber die Bildschirme flackern wie Sau. Ja, stimmt. Da blinkt's überall. Also, bei mir noch nicht, Gott sei Dank. Ich hack mal ein bisschen weiter. Ich hab'n Errungenschaft gekriegt. Ja, nice, danke. Habt ihr Tür zugeschlagen? Nö. Ne. Also, ich hör auf'n Klo. Ah, jetzt flackert nix mehr. Ich glaub, er ist vorbei. Oder er ist jetzt woanders. Ja, bei mir flackert's noch. Äh, ich hab'n Tür gehört. Ich auch. Äh, wir fehlen, uns fehlen nur noch, also eine, Typ B. Dingens. Ich find es halt hier so schwer, rauszufinden, wann der handet. Aber ist das flackern normal? Gab's hier wirklich ne Camp? Ich weiß es halt nicht. Aber es gab auch Heartbeat, oder? Ja, wenn er recht nah war. Oh nein, die Dinger gehen ja hier auch auf. Äh, aber hier ist irgendwo ein Licht kaputt gegangen, oder so. Wo bist du denn? Äh, weiß ich nicht. Oben auf jeden Fall. Okay, also Hacken ist fertig. Was müssen wir denn jetzt machen? Also, im Prinzip könnten wir jetzt gehen. Ich weiß nicht. Also, wenn ihr könnt, noch Beweise sammeln. Hier ist ne Taschenlampe. Warte auf mich. Hallo. Oh nein. Wo ist denn der Ausgang? Sollen wir einfach mal fahren, damit wir... Immer Richtung Exit. Warte. Oh, scheiße. Echt jetzt? Echt jetzt? Ja, bei mir. Echt jetzt? Du bist oben, ne? Ja. Boah, da ist er. Nein, 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 nein. Ich kann nicht. Ich bin grad am... Er ist oben. Gerade am Ende vorbeigelaufen. Oh, nee, der ist hier. Oh mein Gott. Der ist bei uns. Oben oder unten? Unten. Ach shit, man hört das immer noch nicht richtig. Bin wieder auf dem Klo. Ich bin grad so froh, dass ich die Tür noch nicht geknackt hab. Ach so, wir können ja mal auf den Kameras gucken. Ja, aber da musst du ja auch erst mal wissen, wo die Kamera ist. Ja, ist ja egal. Man kann ja durch die Kameras durchswitchen. Wie war denn das nochmal mit den Kameras? Du kannst das Tablet in die Hand nehmen, dann drückst du... Hättest du F gedrückt und dann kannst du da unten die Kamera auswählen und dann... Ah ja. ...mit links und rechts. Also unten flackert's auf jeden Fall. Ja, unten flackert's schon die ganze Zeit. Ja, Entschuldigung. Ich seh nur jemanden von euch laufen. Saskia. Das sah so panicmäßig aus. Da läuft jemand auf einmal schneller weggerannt und aus dem Bild. Ist der jetzt weg? Ja, ich bin raus. Ja, die Tür ist offen. Ja, warte, ich komm andersrum gelaufen. Schon komm doch einfach hier raus. Hallo. Also bin ich jetzt der Hopps genommen daher. Ich bin nämlich... Guck mal, da ist Exit. Äh. Da ist kein Gekommen. Oh, tschüss. Hey. Hey. Cool. Also ich hab ihn bei Junkie-Tuben erwischt. Also ich hab hier so ein paar Koks-Lines fotografiert. Und Marcel hat ja auch irgendwas noch fotografiert. Ach, ich hab keine Fotos gemacht. Entschuldigung. Ja, ich hab halt auch nichts gefunden. Den Safe haben wir nicht, aber... Joa, aber fürs erste Mal und ein bisschen Geld vielleicht. Ist ja auch geil. Ja. Ja. Auf jeden Fall wisst ihr jetzt die Grundlagen. Ist doch schon mal gut. Okay, ja gut. Ist eigentlich ganz cool. Complete Mission. Yes, oder? Ah, okay. Nevermind. An manchen Stellen ein bisschen kompliziert, aber an sich eigentlich ganz cool. Uh. So. So. Bis zum nächsten Mal.